Im Herzen von Oberösterreich eingebettet, umgeben von Natur und Wäldern, arbeiten wir mit der nachhaltigsten Ressource überhaupt. Mit Holz. Wir bei ABS beweisen tagtäglich, dass der Holzweg der richtige ist und wir kein Brett vor dem Kopf haben, sondern für jede Herausforderung gewappnet sind. Wir fertigen und produzieren Konstruktionsvollholz, maßgeschneidert und jeden Tag mit Leidenschaft. Neueste Maschinen gewährleisten optimale Arbeitsvoraussetzungen und erstklassige Qualitätsprodukte. Egal ob Konstruktionsvollholz, Leimholz oder individueller Abbund für Ihr Projekt, wir bei ABS Austria sind Ihr Partner, wenn es drauf ankommt. Wir arbeiten, bis sich die Balken biegen, denn für uns ist der kostbare Rohstoff Holz pure Faszination. ABS Austria Holzverarbeitung GmbH. Verpackt, beladen und geliefert. Wir machen das. Sie können sich auf uns verlassen. Qualität mit Handschlag. Das sind wir. ABS Austria Holzverarbeitung GmbH. www.abies-austria.at